Siehst du, ich werd'n Profi! Haha, ein Profi! Oh, oh, oh! Nicht schlecht. Tja, also ich weiß nicht so recht. Du wirst wahrscheinlich so gut, wie ich früher war. So läuft das meistens und ich fahr bloß unterer Durchschnitt. Das heißt, oh, das heißt, du wirst das unterm Strich auch nicht so weit bringen. Also, wirklich, du hast sicher viele andere Talente, nur das nicht. Ich will nicht, dass du Tag und Nacht mit dem Ball durch die Gegend rennst. Verstanden? Verstanden. Okay. Komm, weiter. Hey. Lass dir von niemandem je einreden, dass du was nicht kannst. Auch nicht von mir. Okay? Okay. Wenn du einen Traum hast, musst du ihn beschützen. Wenn andere was nicht können, wollen sie dir immer einreden, dass du's auch nicht kannst. Wenn du was willst, dann mach es. Basta. Komm. Dad? .